Maximilian »Max«, Graf von der Gröben ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Leben seine Eltern sind die Nachrichten-Moderatorin Ulrike von der Gröben und der Sportjournalist Alexander von der Gröben. Max von der Gröben hat eine jüngere Schwester, Carolin, die ebenfalls als Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin arbeitet. Seinen ersten Fernsehauftritte hatte er 2004 im Alter von zwölf Jahren, dort war er bei der Sendung »Kings of Comedy« zu sehen. Weitere Fernsehauftritte wie unter anderem in der Serie »Berns Hexe«, Dani Lovinsky oder Soko Köln folgten. Seine erste größere Hauptrolle hatte er 2011 in dem Film »Inklusion«, gemeinsam anders in der Rolle eines Schülers mit geistiger Behinderung. Für diese Rolle bekam er 2013 die Goldenen Kamera, überreicht von Harpe Kerkeling, in der Kategorie »Bester Nachwuchsschauspieler«. Von 2013 bis 2017 absolvierte er seine Schauspielausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Seine bisher erfolgreichste Hauptrolle hatte er 2013 an der Seite von Elias M. Gravis Barek und Jella Hase in dem Film »Fuck you, Goethe«, in der Rolle des Danger. Ebenso in den Fortsetzungen »Fuck you, Goethe 2« und »Fuck you, Goethe 3« hatte der diese Rolle inne. Im Jahr 2020 war er in dem Udo Lindenberg-Biopic Lindenberg. Macht ein Ding zu sehen. Privates seit 2015 ist von der Gröben mit seiner Partnerin liiert. Auszeichnungen 2013 Goldene Kamera – Hör zu Nachwuchspreis Goldene Kamera – Hör zu Nachwuchs Goldene Kamera – Hör zu Nachwuchs Goldene Kamera – Hör zu Nachwuchs Goldene Kamera – Hör zu Nachwuchs